Ich verstehe jetzt gerade nicht. Ah, das kann man wegmachen. Produziere Kohle, 200. Habe ich das nicht gerade vergeben gehabt? Er legt los. Sehr schön. So, du, bitte. Deine Leute wegbringen und zum Lagerhalle. Keine Passagiere. Freimachen, akzeptieren. Arbeitertransport 1. Aber das hatten wir doch gerade. Da war noch das Moment kein Umsteiger an Bord. In dem Verlösser, dass Passagiere-Wallgons vorhanden sind. Ja, kommt doch jetzt. Hetzt da nicht so. Arbeiter-Transport 1 einsetzen. Kann nicht gebaut werden, ein Zug versperrt den Weg. Warte. Warum liegst du da? Das ist wahrscheinlich, weil er keine Arbeit findet. Weil es müssen ja erstmal Arbeitskräfte dahin. So, jetzt gib mir nochmal die Bahn, bitte. Jetzt fahr ab, du scheiß Teil. So, aber wir müssen ja erstmal... Er meckert ja jetzt rum, weil er nicht sofort hierhin fahren kann. Ist nicht dein Ernst, oder? Du fährst halt eine Runde. Ah, okay, klar, ja. Boah, ich hoffe, das zieht rüber, Alex. Ich hätte so Bock auf geiles, kühles Wetter gerade. Warum ist das denn jetzt hier so eine andere Übersicht? Das stört mich gerade. Warum ist das wieder weg? Also. Machen wir es noch einmal. Er fährt ab, sehr schön. Für volle Passagierladung in die Stadt. Kohlebergwerk. Freimachen. Akzeptieren. Also ich verstehe das jetzt gerade nicht. Aktive Route 1. Warum bleibt das denn nicht gespeichert? Egal. Also erstmal vom... Vielleicht kommt er auch durcheinander, weil ich drei Ziele vorgehe. Bring erstmal die Leute weg. Da wahrscheinlich freimachen drücken, ne? Schön ist, wenn die sonst noch stehen bleibt, kann der andere die andere Spur nehmen, ne? Also der andere Zug die andere Spur. Das sieht aber cool aus mit den Signalen. So, der fährt schon mal. Kann man ja mal weiterbauen, ne? Für unsere Siedlung. Oh, Gemeinschaftshaus haben wir doch hier, oder? Ja. 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 Wir müssen gleich mal gucken, dass wir hier noch Platz für den Marktplatz lassen, wenn ich mich dann hier irgendwo mittig stellen wollen. Da, oder was weiß ich, wo. Weg zum See. Mhm. Mm-hmm. Cool. So kann sein Ziel nicht erreichen. Deswegen? Ich habe wahrscheinlich ein Signal falsch rumgesetzt. Arbeiten jetzt wenigstens hier ein paar Leute. Reichweite. Brauche ich anscheinend nicht vorgeben. Ups. Na, guck mal, so geht das. Cooler Transport 1. Ah, schön blau, oder? Volle Fracht und... So. Ne. Kann ich gebraucht werden, zu versperrt den Weg und dann fällt er trotzdem los? Muss ich nicht verstehen. So, und das ist im Prinzip das Game. Das machen wir jetzt mit ganz vielen anderen Sachen auch noch. Kann man vielleicht gucken, dass man auch hier vorne in den Wald abholzt, ne? Arbeiterschaft. Bringe Arbeiter zur Arbeit. Ja. Wie viel habt ihr jetzt hier? 40. Sowieso ein Kohlevorkommen sehe ich gerade. Das können wir doch auch mal anschwipsen hier, oder? Machen wir mal, komm. Was mich jetzt interessieren würde, reicht das, wenn ich den Bahnhof einfach verlängere? Was ist da vor? Ey, diese... Ey, die sind immerhin im Weg, ne? Die brauchen wir ja nur einen Anschluss. Werden wir ja gleich sehen, ob der Passagiere springen lässt oder nicht. Fracht bei 24%, aber immerhin schon mal Kohle. Nicht genug Arbeiter, also wir müssen weiter ausbauen. Wo ist denn jetzt das Dorf hin? Da. Was meckert der hier wieder rum? Generell keine Arbeiter. Ist egal, wir können dann weiter bauen. Oha. Haben wir gerade hier im Frame Zusammenbruch, oder was? Wie kannst du nur? Geht mir jetzt das Holz aus, oder können die mal arbeiten? Ja, ich hab mein Holz komplett aufgebraucht. Das ist nicht gut. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir Holz abbauen können. Und den Treibstoff natürlich jetzt noch... Die tanken automatisch auf, wenn sie bei einem Bahnhof mit Treibstoffzugang halten. Okay. Was ist ein Treibstoffzugang? Scheiße. Ein Kohlelager, natürlich. Kacke. Das muss man ja auch mal wissen, ne? Oh, ich muss das auf jeden Bahnsteig machen? Krass. Okay. 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 Ich hoffe, das passt so. Oh. Das ist raus und rein zu. Ja, guck mal, die rollen vielleicht noch. Bisschen in den Bahnhof rein. Das ist ja immer cool. Das Ding hat er hier nicht angenommen. Das können wir abreißen. Okay. Okay. Wenn wir da nix bei gehabt. Claudia, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Sägewerk. Mach deinen Ausstuhl, mach dir aus meiner Leitung raus, du dumme. Ja, rumme. Wie baue ich das denn jetzt? Scheißendreck, ey. Ich hab mir natürlich jetzt auch so einen schönen Ort hier ausgesucht, wo kaum Wald ist. Was. Ich bin nichts. Ich bin schon. Ich bin nichts. Ich bin nett, automatically. verkleid. Ich bin nett, alle Kurzweging. Ich bin keine Gott. Ich bin Next. 직let travelling im nächsten imposs85 undertaking. Ich bin gespannt. Vielen Dank.